Hallo, ich bin Gerard, im dritten Lehrjahr als Koch. Ich möchte euch heute einen Einblick zeigen von unserem Betrieb Altszentrum Almendi-Nabtnach. Kommt mit! In unserem abwechslungsreichen Beruf ist es wichtig, dass man flexibel und offen für uns ist. Hier bin ich eine Rüeblisuppe am Mal setzen und dazwischen habe ich noch die Zeit, um das Boulébrustli würzen und ponieren. Der grösste Lob für mich ist die Freiheit von unseren Bewohnerinnen und Bewohnern und den externen Gästen. Der grösste Lob für uns ist der Berufsbildner von Gerard. Hallo, mein Name ist Urs Klösel. Ich bin der Berufsbildner von Gerard. Wenn dir das gefallen hat, was du in diesem kleinen Film gesehen hast, würde ich mich freuen, wenn du dich bei uns im Altsheim bewährst. Ich bin der cuando in deinem Nikki geübsst. Ich bin der Berufsbildner von Gerard –temps. Ich bin der Berufsbildner von Merkel und ICB und ich schei avez name etwas mehrig. SWRn.